Durch die Beratung der Firma Regopol haben wir diese Art der Transportsicherung entwickelt. Die vollflächige Gummimatte sorgt für eine bestmögliche Sicherheit, sowohl während des manuellen als auch autonomen Transportes. Durch die farblichen Einleger haben wir eine Visualisierung für den Anwender, um den Container bestmöglich im Mittelpunkt der Palette abzusetzen, wodurch wir eine bestmögliche Verteilung des Gewichtes auf der Palette gewährleisten, sowie die Konturen der Palette einhalten.